Der Heißluftballon verwendet dasselbe Prinzip wie der Solarzeppelin, um aufzusteigen. Warme Luft hat eine kleinere Dichte als kalte Luft und steigt dadurch auf. Im Gegensatz zum Solarzeppelin kann Aufstieg und Sinken des Heißluftballons jedoch gesteuert werden. Der Heißluftballon besitzt einen Brenner. Dieser sorgt dafür, dass die Luft im Ballon nach Belieben erhitzt werden kann. Der Ballon steigt bis zu der Höhe, in der die Umgebungsluft dieselbe Dichte hat wie die Gesamtdichte des Ballons. Möchte der Ballonfahrer weiter steigen, so erwärmt er die Luft im Ballon weiter. Auch um die aktuelle Höhe halten zu können, muss der Ballonfahrer hin und wieder den Brenner anwerfen, da die Luft im Ballon langsam abkühlt. Möchte der Ballonfahrer sinken, so kann er ein Ventil am Ballon öffnen. Durch dieses strömt dann ein Teil der warmen Luft aus und von unten strömt kühle Luft nach. Dadurch wird die Luft im Ballon abgekühlt. Die Dichte steigt wieder und der Ballon sinkt wieder zu Boden. Für Ballonfahrer ist es wichtig, die Höhe ihrer Fahrt regulieren zu können. Die Fahrtrichtung des Ballons wird durch die Windrichtung bestimmt. In den verschiedenen Höhen weht der Wind in unterschiedliche Richtungen. Der Ballonfahrer kann somit mit der Höhe auch die Fahrtrichtung bestimmen. Für den selbstgebauten Heißluftballon habe ich einen Müllbeutel, Draht- und Grillanzünder verwendet. Da man hier mit offenem Feuer hantiert, ist es wichtig, den Versuch nur im Freien und mit genügend Abstand zu Gebäuden und anderen entflammbaren Objekten durchzuführen.